So, jetzt sind wir in der Orchideen-Farm. Da kann man jetzt quasi so Schmuckstücke kaufen. Ja, das ist so der Kiosk, gleich wenn man reinkommt auf der rechten Seite. Zeigen wir dir eine schöne Branche oder deine schöne Orchidee, was du bekommen hast. Das kriegt man dann eben, wenn man den Eintritt gezahlt hat. Da kriegt jeder so einen tollen Anstecker hier. Gut, das ist alles hier ein bisschen Merchandising. Jetzt gehen wir hier mal runter. Und hier gibt es halt auch, das ist so die größte Orchideen-Farm Thailands. Und gibt es halt total ausgefallene und seltene Orchideen-Arten. Aber da bin ich jetzt natürlich auch der falsche Ansprechpartner. Welche da jetzt selten ist, auf jeden Fall schaut alles sehr cool aus. Sehr schön. Ups. So, habt ihr das auch gesehen, spart euch die 100 Watt. 100 Watt sind ungefähr, ja knappe 3 Euro, sage ich mal. Je nachdem welcher Kurs es ist. Also momentan haben wir zwischen 35 und 38 Watt ist 1 Euro momentan. Also bei uns jetzt hier. Na, ich weiß es nicht. Also es ist täglich variabel. Wir haben jetzt natürlich jeden Tag oder jedes Mal, wenn wir gewechselt haben, andere Kurse gehabt. Einmal 34,8. Einmal irgendwie 35,4. Einmal 37,6. Gestern war der beste Kurs. Aber wie gesagt, muss einfach ein bisschen schauen. Und im Grunde ist es auch völlig wurscht, wegen dem paar Watt oder Cent Unterschied dann. Also in der Größenordnung meine ich jetzt. Naja gut, wenn ich was Interessantes sehe, dann in diesem Sinne melde ich mich nochmal aus der Orchideenfarm in Maisa. Und ich weiß es nicht.